Halt Stopp liebe Leute, euer Wizard am Start, ihr könnt mich auch ruhig Fabian nennen, das ist mein Real Name. Das hier ist mein Channel, den ich jetzt extra bewerbe für euch, dass ihr mich findet. Ich mache Schizophrenie-Videos, Kunst-Videos, ich würde gerne mit anderen YouTubern was machen, darum mache ich auch Werbung, dass man quasi sieht, ich bin bereit dafür, mich ganz nach oben zu kämpfen und mit den kleineren YouTubern oder vielleicht größeren gemeinsamen Projekte zu machen und natürlich für die Zuschauer mache ich das Video auch, dass sie einfach auf mich kommen. Und das war es wieder mit eurem Wizard, ich hoffe der Trailer gefällt euch und schaut einfach rein. Peace out liebe Leute.